Manjaro ist eine Linux-Distribution mit sehr aktueller Software. Meistens jedenfalls. Aber es ist halt nicht Arch Linux. Und da ich's gewohnt bin, eine neue Software-Version etwa von Kdenlive oder OBS Studio schon wenige Stunden nach Release mit dem Paketmanager einspielen zu können, stört mich das manchmal. Den Video-Editor Kdenlive gibt es aktuell zum Beispiel schon in der Version 2504 mit neuen KI-Funktionen. In Manjaro lautet die Versionsnummer aber noch 24.12.3. Hin und wieder dauert's nämlich doch eine ganze Weide, bis die neueste Software-Version in der Paketquelle von Manjaros Stable Branch, also der normalen Version, angekommen ist. Doch auch das Manjaro-Projekt betreibt mehrere Branches. Der Stable Branch ist das, was man bekommt, wenn man die Distribution mit dem ISO-Image installiert. Die Paketzusammenstellung ist bereits eine Weile getestet und mit Schwierigkeiten ist nicht großartig zu rechnen. Getestet wird das alles vorab in den Branches Testing und Unstable. Der Weg einer Manjaro-Version beginnt bei Unstable. In diese Paketquelle schaufelt das Manjaro-Projekt eine Auswahl an Arch Linux-Paketen, verändert einige Kleinigkeiten, ergänzt ein paar eigene Tools und testet das Ganze. Läuft alles halbwegs rund, wandern die Pakete in den Testing-Branch. Dort werden noch ein paar Feinheiten getestet, dann ist alles reif für Stable. Welchen der drei Branches das System gerade benutzt, verrät der Befehl Pac-Man-Mirrors-G. Hier ist das zum Beispiel Stable, also die Standardversion. Das Installations-Image schaufelt zunächst immer die Stable-Version auf die Platte. Verwenden kann man aber auch die anderen beiden. Für den Produktivbetrieb ist an Stable allerdings nicht so geeignet. Wenn es hier zu Problemen kommt, muss man sich selbst zu helfen wissen. Testing wiederum sollte im Großen und Ganzen eigentlich schon rund laufen. Ich selbst benutze auf einem Notebook bereits seit geraumer Zeit Testing und will das nun auch hier auf meinem Gaming-PC umstellen. Dazu spiele ich erstmal alle Updates ein und starte gegebenenfalls den Rechner nochmal neu. Als nächstes stelle ich die Paketquellen mit dem Tool Pac-Man-Mirrors auf den gewünschten Branch um. Den muss ich sudo voranstellen, weil ich dafür natürlich Admin-Rechte brauche. Also tippe ich folgenden Befehl. sudo pacman-mirrors-api-set-branch-testing. Das heißt als letztes trage ich ein, welchen Branch ich nutzen will. Wenn das passiert ist, muss ich einmal nach den schnellsten Servern suchen, die diesen Branch ausliefern. Das erledigt Pac-Man-Mirrors mit der Option "--fasttrack". Und dann gebe ich eine Zahl ein, wie viel von diesen Mirrors ich haben will. Dann ist es soweit, dass ich die Paketquellen aktualisieren kann und die neueren Pakete einspielen kann. Wenn da erstmal nur wenige Pakete angeboten werden, dann fehlen noch die aktuellsten Paketinformationen. Dann gebe ich einfach nochmal sudo pacman-s-yy ein. Wenn alle Pakete eingespielt sind, dann ist ein Neustart fertig, weil da sind auf jeden Fall sowas wie ein neuer Kernel und wahrscheinlich auch neue Grafiktreiber und solche Sachen mitgekommen. Und um die zu verwenden, muss ich natürlich das System neu starten. Jetzt sollte auch von CadenLive die aktuelle Version da sein. Wollt ihr mehr über eine der KI-Funktionen wissen, nämlich zum Beispiel die Transkription und Übersetzung mit Whisper, dann schaut euch doch das Video an, das ich euch hier in den Abspann einbinde. Und den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Das war es erstmal von mir. Wenn ihr Manjaro benutzt, welchen Branch benutzt ihr? Seid ihr noch auf Stable? Fehlen euch da aktuelle Pakete? Schreibt mir gern was dazu in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020